Hallihallo ihr hübschen Menschen! Willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 mit der Maudado und dem Wintercracker! Hallo! Hallo! Sie ist wieder dabei! Klaus hat uns hübsch genannt! Ja! Ist ja das Spiel! Ja! Schreibe ich dich an! Wir starten mal mit normal. Maudado ist raus. Die waren denn eure Hunde mitzummen, ey? Ja, die waren schön. Ich habe alle gewonnen, ja. Ah, nice! Koopa Troopa Cave! Aus Großbritannien! Oh, international! Ne, ja. Ich weiß nicht, warum ich ne gesagt habe. Ich bin Luigi! Ich bin Mario! Ich bin Mario! Oh mein Gott, ich bin euch von einer Lüchse von Rose! Erzähl mir mehr! Ich bin schon im Ziel! Seid ihr schon da? Ich bin das Ziel! Wer hat meine Feuerblume geklaut? Ich... Es muss Maudado sein! Ich würde sowas niemals tun! Hahaha! Pau! Juhu! Ich bring dich um, Klaus! Ich komme! Oh, oh! Lauf! Warum rennt ihr denn so durch, Leute? Das ist doch... Ja, weil er gesagt hat, er will mich umbringen! Ich werd halt... Oh! Ah! Das ist... Bin ich jetzt gelandet? Ich wurde angeschossen mit Münzen. Ich wurde eingesaugt. Ich hoffe, dass es weh getan hat. Ne... Ich bin tot! Ich glaub's nicht! Ich glaub's nicht! Hallo! Oh mein Gott! Oh! Hä? Hallo! Mach's doch nicht! Hey, hey, hey! Hol doch die Münzen! Welche Münzen holt du doch die Münzen? Oh, oh! Hallo? Nix, hallo! Tschüss! Bababababa! Duada... Was gewinnt der, der Klaus heißt! Die Spruch לא, das würde sich ultra gelohnt mitzunehmen! Oh mein Gott, wie hart kann ich Mario demütieren? Sag mal, das Level endet nicht. Geil. Oh mein Gott, das sind drei Magier. Maudado vor, noch ein Tor. Ich kille einen, ich kille einen. Ich hab einen gekillt. Ich bin in sowas gut. Ich bin in sowas richtig gut. Ich bin im Ziel. Ich bin nicht im Ziel. Komm, komm, komm. Hilfe. Ich bin schon wieder gestorben. Wer bin ich? Ich bin tot. Ich hab Angst, Hilfe. Tod, du musst es machen. Tod, mach doch irgendwas. Ja, mach der doch. Tod, hab Angst. Der liegt nur in der Ecke und weint. Tod. Hä? Lasst euch doch nicht verarschen von dem Vieh. Da, ich hab ihn. Ich hab ihn. Hä? Hä? Tschüss. Bin ich gestorben, weil dann noch ... Wie bist du eine Katze? Warum bin ich eine Katze? Warum bist du nicht mehr eine Katze? Hilfe. Ich bin gestorben. Oh nein! Hilfe! Hilfe! Ihr müsst überleben, ihr müsst überleben. Ich hab ihn. Nein, ich hab den ... Ich hab den Schlüssel gehabt. Ich liebe noch. 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 Tod, Tod. Tod, du hast uns sterben lassen. Du bist selbst gestorben. Ja, weil du mich geopfert hast. Ich bin durch. Ich gehst weiter. Ich hab selber nicht versagt. Ich hab einen Checkpoint. Ich hab einen Checkpoint. Oh, ich bin tot. Ja, toll. Und wie kriegen wir ... Luigi. Ja, wir haben einen Checkpoint, Leute. Okay. Aber der Checkpoint ist irgendwie ultra fit. Wir müssen warten. Wir müssen warten, bis der wiederkommt jetzt. Wir müssen dann auch alle gleichzeitig spawnen. Ich hab einen Ultrakill gemacht. Hä? Ich bin weg. Ja, tschüss. Haha, Maudado, ey. Nein! Oh mein Gott. Ich hab mich noch hingeworstet. Oh, so easy. Oh mein Gott. Maudado. Ja. Hahaha. Hahaha. Schon cringe als Furry auf zwei Beinen zu gehen. Hahaha. 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 Was für ein Furry bist du? Welche Art von ... Hahaha. Boah. Da blashe ich direkt. Die Frage ist ein bisschen zu privat. Okay, es tut mir leid. Dann lass mich die Frage umstellen. Was für ein Furry wärst du, wenn du ein Furry wärst? So. Ich bin nur ein Furry. Achso, ich weiß. Aber ich dachte, das war zu privat. Hahaha. Deswegen wollte ich jetzt das nur rein hypothetisch. Ich wär süß. Uh. Oh. Gute Antwort. Danke. Uiuiuiuiui. Aha. Oh, Scheiße. Was? Ach immer, das ist ein Rennen, das ist ein Rennen, das ist ein Rennen. Oh, das ist ein Rennen. Wer bin ich? Oh. Oh. Ich bin richtig. Lass mich rein. Lass mich rein. Lass dich rein. Lass mich rein. falsch, wholes. Der ist nicht reingezogen worden. Das sagen sie alle. Aber das ist halt die Wahrheit. Oh, shit. Ähhhh. Das ist unmöglich, der Sprung, versucht ihn erst gar nicht. Ich hoffe ihn nicht. Ja sag's dann. Ah hab ihn geschafft. Hallo? Das ist mich angelogen. Klaus. Ich weiß. Das will ich dir nie vergeben. Oh mein Gott, der Sprung ist unmöglich. Oh ne. Maudado hat mich angelogen. Alles Lügnerin. Alter. Ich krieg Aids und nicht das Gute. Oh gut. Hä? Oh ne. Oh nein. Ich hab so krank aufgeholt gerade, aber irgendwie seid ihr immer noch vor mir. Nein! Da! Ich bin bei Luigi. Ja, Todt ist direkt neben mir. Als ob du das geschafft hast. Oh, dass ich gefailt hab, war so ärgerlich. Und dann hast du zum Glück auch gefailt. Hier jetzt runterfallen, das wär richtig ärgerlich. Scheiße. Ich bin runtergefallen. Nein! Oh mein Gott. Ich war so viel nach Hallo Todt. Ihr könnt wieder hochkommen. Oh mein Gott. Ich bin so weit runter. Ich bin jetzt nicht mehr bei meinem Weg. Ich glaub ich bin bei Luigi's Weg jetzt. Luigi. Ja, Luigi ist der Gewinn der Weg. Ich merk's. So. Also. Wer bietet mir mehr Geld? Ich kann dir jederzeit wieder gegenspringen. Fuckin' Korruption. Maudado, ich bin käuflich. Mit nur 100 Folgen irgendein Projekt zu zweit werde ich dich nicht runter schubsen. Wie viel hast du Manu gezahlt? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du 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 du. Hä? Irgendwer muss ne Knopf drücken. Ja ich machs nicht. Klaus geht doch mal los. Ich komm nicht mehr zurück. Maudado wir brauchen... Ehm, man kann nicht respawnen, oder wie. Nein! Wenn du nicht gewinnen kannst, kann keiner gewinnen, oder was? Ich bin diskonettet! Man kann ja nur gewinnen, wenn man nett war und den anderen auf den Schauspielern hat, glaube ich. Warte, kannst du zurück? Ich würde sagen, damit haben wir alle verloren. Guck mal, die Bomben sind am Weg nach unten. Oh, du bist so ein Assi! Ich habe gewonnen! Das war so verdient. Geil! Dann haben doch nicht alle verloren. Nur du, Mordado. Pompoms Pie Playhouse Oh, aus den USA. Jetzt klingt es nicht mehr gut. Sieht ultra gut aus! Lass mich durch! Ha 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 Das ist das schönste Bild, das ich je gesehen habe. Wer ist denn da? Wer ist denn da so oft? Ich hab da komisch gespawnt, ey. Ich kann nicht mehr verlieren. Irgendwie so ein Zentimeter weg vom Anfang. Warte, Achtung. Okay, keiner cringe. Nein, nein. Das ist kein Spielhaus. Das ist ein Tötungshaus. Ah, nein. Spawnt bei wem anders. Wer ist Klaus? Nein. Okay, ich geh in einen anderen Weg. Fast. Nice, nice, nice. Folgt mir einfach. Einfach immer dem Anführer hinterher. Oh, oh. Ich bin gleich nicht mehr der Anführer, Leute. Nein, 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 nein. Verschwinde Luigi. Oh mein Gott. Nein, lass mich doch da rein. Nein. Wer ist Mario und hat... Nein, ich bin Mario, aber ich bin tot. Glück seines Lebens. Ahhhh, weh, eh. Sind wir alle tot? Ja. EuHHH. Ach Maaann. Mein Gott, die Ameisen hat nicht umgebracht. Ich hasse auch Ameisen. Ich mag Ameisen. Ich komm da wieder nicht rein. Wichtig für unser Ökosystem. Ja, aber... Wenn man clever ist, zerstört man das Ökosystem, dann braucht man sich darum keine Gedanken machen. Das stimmt. Ich bin nicht gestorben. Achtung, Luigi. Oh mein Gott. Geil. Okay, hier war ich vorhin. Nein, wir sind weiter als je zuvor. Du warst nicht schon so weit wie wir. Doch. Ja, genau hier. Ja, klar. Ich war sogar schon viel weiter. Ich war schon am Ziel eigentlich. Aber du bist halt vorm Ziel runtergefallen. Ja. Danke. Hier war ich halt auch schon. Einfach konsequent durchziehen. Hier war ich auch schon. Hier war ich auch schon. Oh, hier war ich aber auch schon. Hier war ich ja wirklich schon. Ich warte nicht in diese Röhrchen rein, ey. Also, ich werde nicht länger auf euch warten, wenn ihr nicht kommen wollt. Ich bin gleich da. Oh, ich brauche eine Hilfe. Hier ist ein Boss. Boss, 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 Boss. Ja, ich bin ja da. Warum hast du mich nicht vor dem Boss gewarnt? Du warst doch schon bei dem. Ich habe den eigentlich schon gekillt. Ich weiß nicht, warum er wieder gesporned ist. Oh, ich bin ganz ehrlich, ich sterbe die ganze Zeit nur. Wer bin ich denn? Ach, ich bin Todd. Ich dachte gerade kurz, ich bin Mario. Ich dachte, ich wäre Todd. Ja, und ich denke mir, warum macht denn Mario nichts? Ich spam doch wie bedeppert. Nein. Nein. Ja. Was? Hast du das gerade vor mir genommen? Hä, wie bin ich vor dir durchgekommen? Was ist das denn? Nein, ich muss zurückgeporten. Ja. Nein. Oh, wie knapp. Wie knapp. Das war wirklich, das war ein Foto-Finish gerade. Ja. Und Maudado ist hier dann durch die Röhre zurück? Ja, durch dieses Teleport-Feld. Und das kann man ja nur einmal benutzen. Da merkt man, dass Maudado nicht aufgewärmt ist, weil er ein bisschen nicht mitgemacht hat. Ja, sonst hätte hier wer anders. Ach, meine Finger sind so untrainiert. Ganz Muskeln weg. Ich habe die ganzen Mario-Muskeln abgebaut. Na gut, liebe Leute. Schaut in die Beschreibung rein, da sind die anderen beiden hübschen verlinkt. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.